Ich bin froh, dass ich hier in der Gemeinde bin und in den Hilfszentren in verschiedenen Gemeinde bin, wo ich dann gefräuchte, dass ich dann Friede sein kann. Ich wollte, dass ich hier an die Person bin, dass ich hier an Jesus Christus bin. Heute soll ich das Haus hier sein, habe ich alle sehr klar. Das ist der Ursache, wo ich nicht mehr bin. Danach freut mich, dass ich hier nicht mehr sein kann. Ich habe mich versägt, dass ich Gott nicht mehr sein kann. Mein Thema von diesem Haus ist, in Rheimer Kapitel 6, Vers 23, das ist mein Hauptfach für die ganze Botschaft. Hier habe ich zwei Worte in Bern, und das sage ich, das ist das. Rheimer saß, 23, sage ich, das ist das. Denn lau, der der Sinn tut, ist der Daut. Gott aber schenkt euch ihr Leben in Christus Jesus und den Herrn. Hier habe ich zwei Worte in Bern, und ich würde gleich mal uns kommen, hoppen und beten, und dann wäre ich fair auf euch gekommen. Bitte. Herr Jesus, wir kommen heute, und wir danken dir, für wer du warst, wir danken dir besonders, dass du warst raufgekommen. Ich danke dir, dass du sagst, dass du vorher drei Worte in deinem Topf bist, und du wirst nicht mehr sein. Wir kennen uns nicht, dass wir uns nicht mehr machen. Wir brauchen dich, und ich für meine Familie, Herr Jesus, was du mir Verständnis geben, wenn wir in den Wutnen entdecken, dass wir das Dach verstanden haben, Herr Jesus. Wir sagen in diesem Versch, das geht an Daut und das geht an Leben. Dann sagen wir, das geht an was da, und wir sagen, die in ganzem Wut, das geht an Daut und das geht an Leben, und ich hoffe, dass ich persönlich, und jeder einer von hier bin, jeder einer, was hier gekommen ist, dass wir ein öppes Wort haben, dass wir uns den Wut sehr wichtig sind, dass wir uns achten, was du dann sagen willst, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. So, wir haben hier ein Versch, in der Paulus sagt, es ist das, heißt auch, Gott überschenkt, dass wir leben in Christus Jesus an den Herrn. So, die ganze Bibel, die lehrt uns zwei Worte hin, und dort ist es das, dass wir entweder verloren oder wir sind geraten, durchfaschen erst kein Wach nicht. Manchmal wird gesagt, dass wir sagen, dass wir ein Schäden abwunden wach, wie wir an den Abkuhn, und weil die Worte erst über das ist das, wir sind abwunden wach, dass wir zwei Wägen, und die Bibel lehrt uns entweder, wir sind ab den Bräuten, oder wir sind ab den Schmauern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Frauen, wenn wir diesen Purs bekämpfen, auf welchen Wach sind die in der Ecke von dir. Die Bibel lehrt bloß zwei Wägen, die Bibel lehrt bloß zwei Städten. Von fern bis hin, lehrt die Bibel bloß zwei Wägen. Und dort ist es entweder im Himmel, bei der Herrlichkeit mit Jesus, ab aller Ewigkeit, oder dort ist in der Verdoppenis, auch ab aller Ewigkeit. Dort ist es, die Bibel lehrt uns. Und dort ist es, Paulus, ganz sehr wichtig mit dem Wägen. Und hier sage ich, kippe mal, der Lohn, was du sind, dort ist der Tod. Dort ist der zweite Traum, das ist der zweite Tod hier, und dort ist die eigene Traum von den himmlischen Führern. So lehrt die Bibel dort. Und dass ich euch sage, manchmal wird gesagt, wir sollen entscheiden, ob wir ein Wägen abgehen, und wir wollten aber sehr klar haben, wie sind eure entweder auf einen Wägen oder auf den unteren Wägen. Und ich wollte von dir mit dem Tod bekehren, ob wir ein Wägen sind, und ob wir ein Wägen sind. Und ob wir ein Wägen sind, und ob wir ein Wägen sind. Ich denke, das war sehr wichtig, weil es wird ein Moment kommen, wo wir ein Wägen sind. Es wird ein Moment kommen, wo Jesus von seine Gemeinde holt, und er wird das einmal zu los sein. Und es wird ein Moment kommen, wo du ihn auch ans Uden wollen abgeben, und lebe Fremden, wo er zu los sein. Und so du ihn auch sagen, wenn er entweder auf den Bräuten war, oder wir sind auf den Schmalen. Das sagt uns die Bibel so ja klar. Und wenn wir kicken, und wo das Licht, wenn wir das zwei Wägen bekicken, dann sollen wir das Licht büßen in das Evangelium. Wenn wir die Geschichte bekicken, dann in Lukas Kapitel 6, dann sollen wir das in einem Lazarus, und wir sollen das in einem Rücken machen, und dann sagt es das, als das in einem Lazarus stirbt, da wird in der Abraham Schild gebraucht. Dann sagt uns die Bibel, ob es steht, dass das regemonte Storf auch, und er wird begrüßen. Und was passiert? Die Bibel sagt uns, er wird begrüßen, und er kann in der Halle, und es ist in der Halle, wir dann checken ab, und er sagt, Lazarus dort. Was er in der Lazarus dort sagt, dann fängt er an die Brache hin, und er sagt, bitte, Abraham, bitte schenk doch, dass Abraham, dass Lazarus was draufkommt, und er wenigstens eine Läge, wo das meine Tung wird nicht tun. Und was die Abraham sagt, und er sagt dann ab 1.6 ist das, weil es geht einmal zwischen mir und die, zwischen wo wir sind, und wo ihr dort sind, durch so einen Däubel aufgeräumt, dass es gar nicht mehr liegt, dass ich von hier da herkomme, oder von dort hier herkomme. Weil es genannt sei wir dort, dann ab 1.6 sagt es, das regemon, dann erlaubt euch, dann schenkt euch, dass einer von der Däubes wird abschauen, und dass die meine Bräder dort wird mit dem Evangelium verkindern. So der Unterschied ist besser, das Evangelium. In diesem Fall, ich sage in 2.6 klar, der Läume, was der Sinn tut, dort ist der Däubel. Und du weißt, es ist wichtig, dass du nicht ganz früher und dann, sie, sehr wie Däubel oder sehr wie liebendig, willst ein Dach, wo wir hier wach sind. So, wenn wir gucken dann, in Römer Kapitel 5, die Sachen sitzt es steht, Paulus sagt, dass euch ein Mensch, der Sinn in der Welt, nennt zu ihm, und euch der Sinn der Däubel, so hat sich der Däubel über alle Menschen gespräut, willst du alle gesinnig haben. So, was sagt das hier? Da ist ein Mensch, erst der Sinn in die Welt gekommen, und der echte Sinn, den Däubel. So, dann haben wir uns früher, und vom Wort von Däubel redet das hier. Und wir gucken Adam und Äufer, sehr heute in den Umfang, ich sage einmal, einmal, ich habe gesagt, dass Gott den Menschen mit einem Gemeinschaft hat. So, Adam und Äufer, sehr heute, es ist eine schöne Gemeinschaft mit unserem himmlischen Führer, weil wir geworfen, ich kenne den Moment, wo Gott ihnen sagt, die dürfen eh eine Frucht nehmen, bloß den einen Baum, den darf ich nicht anschälen. Und was passiert? Gott sagt dir, in 1. Mose 2, 17, den Tag, was die den Baum wollen anschälen, den Tag, was die die Frucht wollen nehmen, dann war ich das Todes sterben, da haben wir gekissen, so was passiert? Ich habe einmal gefragt, wo vom Wort sterf? Gott hat uns Menschen in drei Ports gemerkt, jeder einer von uns, wie sein Haus Körpersäule in Gäß, und wo vom Wort sterf? Weil das wieder gestliche Port wird gestorben, und hier sagt es das, dass der gestliche Tod ist, dass ein Mensch in den Sinn gekommen ist, das meint so viel, dass ich den Sinn mit Adam beging, dass das gestliche Tod in den Welt gekommen ist, und was ihr, nu sagt es das, dass wir alle gesündigt, und das Tod, da haben sich dann über alle Säulen gespräut. Das meint so viel, du und ich, wir gehen mit an. Du und ich, wir sind von dir entweder nach gestlicher Tod, oder wie sie auch noch gerade. Und du weißt, es ist wichtig, dass wir uns verloren haben. Was ich denke, ist das, wir haben viele Menschen, die werden sich gleich selbst rechtfertigen auf Dinge, die sie tun, und sie werden abwiesen, Dinge, die sie getan haben, und sie haben diese Wachverdenken, das erste Wach, die sie das erste Wach ausreden. Was ich, in Johannes Kapitel 8, da fängt man eine Geschichte, und sie hat dann noch eine Früh, wo sie in Hürden getroffen werden, und hier haben wir diese Pharisäer, wo sie glauben, sie werden gute Menschen, vielleicht nach Sagoa, hier haben wir diese Pharisäer, wo sie glauben, sie werden Mennoniten, sie haben vielleicht auch deutlichere Dinge getan, und sie brauchen diese Früh nur Jesus, und sie sagen, Jesus ist der, wir haben diese Früh in Hürden getroffen, und Moses hat gesagt, er soll gesteunig werden, was sagst du, Jesus? Sie wollen Jesus versägen, und was passiert, Jesus beckte sich, er fangt unterschrieben, ob er, und dann ab 1, hat sich rechte Jesus sich ab, und er sagt, wer du früh hast von Sinn, der soll den ersten Stein schmieden. Wer nicht gesinnig hat, der darf den ersten Stein schmieden. Und was passiert, die Bibel sagt, er soll für Leute haben. Ab 1, hat sich dann fragt Jesus, kommt das durch? Okay. Soll ich mitwachen, dann könnt ihr über ihn reden. Kommt das? Das ist das durch die Hürden. Nicht? Ich will mitwachen. Die Dive ist immer neu. Probando, probando, kennt das durch? Hast du das durch die Hürden? Gott. Dankeschön. So, ich sehe dir jetzt, das ist der Früge, da war der Jesus gebrach, und Jesus, ja, sie sagen, Jesus ist das, und Mosechen gesagt, das ist der Früge, der soll die Stein nicht. Und Jesus hat dann die Früge, er sagt, wer der Früge ist von Sinn, der soll den ersten Stein schmieden. Und was passiert, was die Ehewassen für Klärung erhnt, in der Bibel sage ich uns, in jeder einer von ihnen verleiht, wird sie erkannt dort, und das Gewässer, was Gott uns geschont hat, seht ihr dort, dass sie heute ein Uggesindig. Und seit wir in Klärung sind verloren, weil es das Problem ist manchmal bei uns Menschen, dort wieder ein Sünden mit. Ich habe vierten gesagt, ich habe vierten gefragt, wird es Sinn? Weil viele Menschen würden vielleicht sagen, stehlen, liegen, und dann fangen wir an, gewichtete Leiden abzünden. Und der Wort hat also, was ist das? Ich sage, wir sind erst, bis sie einfach ein Geburt von Gott bringen. Aber man eiftet, sie würden ein Geburt von Gott bringen, und sie sterben jetzt nicht. In dem Moment, wo sie das Geburt bringen, sterben sie plötzlich futz. Und was die Bibel sagt uns, dass ein Mensch aus der Sinn in die Welt gekommen, und der echte Sinn ist der Tod, über alle Menschen gekommen. Da wäre ich nochmal ein Befrieden. Es ist wichtig, dass wir nicht ganz freuen tun. Und was von der Leu sagt, wie die Bibel sagt uns, in jeder einer von uns, wir haben gesündigt. Und es ist wichtig, dass wir das Tauschen tun tun, dass wir sein in der Leu, wo wir uns selbst nicht halten können. Und was Jesus sagt, viele Menschen, sie verlaten sich über Dinge, was sie tun, und sie verlaten sich ab dort, an einem Tag, wo Gott ihre gute Wurken will, und was wir sagen, bestimmt für gute Wurken, weil wir sie ja klar haben, aber sie verlaten sich ab, dass er die gute Wurken in den Tag im Himmel zu sein. Und die Bibel sagt uns, sie ja klar, und ihr seid ja vorerst hastig, dass unsere Wurken sind in diesen schönen Schildlerns. Und dann haben wir erkannt, dass wir uns ohne Jesus ganz verloren haben. Und die Bibel sagt, der Lohn wird den Sinn tun, als der Tod. Und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann sagt die Bibel, wir möchten Gott lehnen. Ist die Johannes 1, Vers 8, ist die Johannes 1, Vers 10, du sagst die Bibel, wir bilden uns selbst, und wir möchten auch Gott lehnen, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Du bist ein Brug wie Jesus, du bist ein Brug wie das Opfer von Jesus. Und es ist sehr wichtig, dass du ihn auch das verstehen kannst, dass wir das begreifen kannst, und dass wir uns fragen, ein Wort von der Läu, du bist auch von dir. Weil in Matthäus Kapitel 9, du hast eine Geschichte von diesem jungen Mann, und heute kommt Jesus, und heute sagt es das. Matthäus nennt ihn, versast ihn, und sagt, das ist das. Dann kommt ein Mann, und Jesus sieht es, Gott am Master, was für Gott er nicht tun, um das Leben zu gehen. Hi, seht ihr, woran fragst du mich, was Gott ist? Du bist einer, der Gott ist, und du hast Gott. Wenn du Leben haben, was, dann holt er ihr Boten. Hi, seht ihr, woanders. Jesus sieht, die sollst nicht tot merken, die sollst nicht euch überlegen, die sollst nicht stehlen, die sollst nicht falsches Zeugnis geben, die sollst fudern mit ihr, die sollst in den nächsten Leuten, das ist die selbst. Der junge Mann sieht, dort habe ich alle gehauen, was fehlt mir noch? Jesus sagt, wenn du was vollkommen sind, dann geh und verkaufe, was du hast, und gehst du immer dort, und feuch mich noch, und du warst einen Schatz im Himmel haben. Und dann sagt es das Vers 22, als der junge Mann das hier, ging hier zurück, weil sie ein Graut für mich haben. Und Jesus sagt, die sind die Gehen, die sage, die sage, die Wahrheit, das Wort, von einem Rücken Mann, wo er seinen Himmel rückt, zu kommen. Ich sage, noch einmal, dort ist von einem Kammau, leichte, der nicht nur die Lachtung, aus von einem Rückenmann, in den Himmel rückt, anzukommen. Aus der Ginge, die Hähden verwandert sich, in Säden. Wer kann dann, erhofft, soll ich wollen, in Jesus ging, gek, in den Armen sehen. Für Menschen, es ist es auch möglich, aber für Gott, es ist alles möglich. So, wir sind hier im Monat, und er hat wahrscheinlich versucht, alle besten Dinge zu tun. Und heute kommt Jesus, ich weiß nicht mehr, was seine Intention wäre, aber er kommt Jesus, und wahrscheinlich wird er Jesus am Laufen für Dinge, was er getan hat. Und er sagt zu Jesus, was muss ich tun, um das eigene Leben zu haben? Jesus, er kann ihm, und Jesus, er fragt mich mal, ein Punkt Nummer eins ist, und er sagt, Jesus sagt, Jesus sagt, Gott allein ist Gott. Jesus sagt, aber was Jesus sagt, der Mensch von sich selbst, der ist nicht Gott, nicht einer von uns nicht. So, Jesus sagt, er sagt, du kannst dich sitzen, und er fragt mich, wohnen, dann fangt Jesus an abzuhören, und dann sagt er, ich kenne mich von jung auf an, habe ich alles getan, was fehlt mir noch. Jesus sagt, wenn du wirst vollkommen sein, dann verköpft, was du hast, und geh auf die Arme dort, und folg mir nur, und du wirst schon stolz in den Himmel haben. Und da sagt die Bibel, sagt, das wird uns sehr tödlich. Warum? Wir machen das Verständnis, was wir meinen. Wir machen das Verständnis, das ist nicht sinnig. Wir haben im Osten Testament, und da sind viele Menschen. Abraham wird ein richtiger Mann. Wir haben viele Menschen, die so gesehen werden von Gott, und das wird nicht sinnig. Und ich denke, dass es steht, dass wenn das Mann die Berge predigt hat, da wurde er anders gesagt, wenn das Mann die Berge predigt hat, dann wurde er wahrscheinlich nicht gesagt zu Jesus, ich habe alles gehauen, ich habe alles, mir fehlt nichts. Nein, wahrscheinlich kann er die Berge predigt noch nicht, und er weiß noch nicht, was Jesus gelehrt hat, und er weiß dort nicht, dass Jesus ähnlich nach wie er gesagt hat, kommt er ja mehr an noch. Und er sagt dann aber, und so steht, worauf fehlt mir noch? Jesus sagt, was die vollkommen sind, weil wir haben eine Frage in der Bibel, und dann haben wir in Matthäus 4, Versch 8, in der Bibel, und so steht, dass wir mal so vollkommen waren, dass Gott selbst vollkommen ist. Und wir wollen aber verstehen, wenn wir in Matthäus 5, Versch 7, dort ist noch ein Gesatz geschrieben, und weil Jesus das Gesatz nicht wachnehmen kann, hat er das erfüllen. Und ähnlich kann Jesus das Gesatz nach Engermärm. Wie gesagt, im Beispiel von Matthäus, sagt er, es steht, die Beutin hat steht geschrieben, weil ein Mann gefangen ist, mit einer anderen Früh, und du sind zwei oder drei Zeugen, an dir zu stehen. Und er sagt, dass Jesus das Gesatz nicht gebrochen hat, und von Busschiebein getan hat, dann hat er das auch vorgelegt, dann hat er das auch getan. So Jesus hat uns das mal gewusst, einmal, dass wir dort belebt, was Paulus uns lief, in Rheuma Kapitel 4, Versch 12. So vielleicht sagst du, na, ich habe eine Sache, ich war viel in der Kirche, Gott hat mich also gesehen, in wahrscheinlich Exilgerade. Weißt du, liebe Freunde, mir, da war ich, aber wir haben viele Menschen, die haben keine Sachen, dass sie sich eh so begittern. Und sie würden aber sagen, dass sie sind Christen. Und ich kann es nicht so verstehen, als wenn wir nicht ein Zeugnis haben, ich will nicht sagen, dass ihr den Moment mal zweit wird, wo du dir beitiert hast, aber wenn wir nicht ein Zeugnis haben, dann sollen wir uns fragen, siehe ich von dort zum Leben gekommen. Die Bibel nennt mich jetzt nicht dort, was dort passiert in mir. Und wenn viele Menschen, dass ich auf der Seite sagen, aber guck mal, Gott hat mich auch so gesehen, weil die Bibel sagt uns, in Matthäus 4, 4, 4, 4, 4, 4, dass Gott leider drehen, über Gott, auch über Schlechte. Gott sehnt, ob die Menschen, was ich aber noch nicht haben soll. So, du weißt, es ist wichtig, dass wir uns freuen sollen. Und was die Bibel sagt uns, in Jesaja Kapitel 3, 4, 5, dass der Sinn, was wir begonnen haben, hat uns Koppel abgedeckt worden. Wir haben einen Gott, was sich nicht laut spotten, nicht. Und so ein gerichter Gott, ein Gott, was dir in mir läuft, denn, wenn du nicht reiht sind, sondern sie sind in den Aufstorfen, und dass wir nicht eine klare Schädung nehmen, mit Christus, da wird der Moment kommen, wo wir uns zu Hause testen wollen. Die Bibel sagt, dass es dort, Jesaja treu verscht auf, die Sünden, die wir begonnen haben, die wurden alle um Bord worden, und Jesaja sagt, die wurden abends Koppel abgedeckt worden. Und was wir tun, ist es so wichtig, dass wir uns freuen, in 1. Thessalonich, kann man bedenken, ein Mensch, wo du un Christus bist, in 1. Thessalonich, Kapitel 2, in 2. Thessalonich, Kapitel 1, du verscht auch, du sagst, dass es dort. Dann war ein deutscher Stoffer, der von Gott nicht wollten wollen, und nur das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus nicht hören wollen. Er ist drauf, er ist ein wenig verloren zu gehen, und wie war ich von Gott, seine Herrlichkeit und Genut. So, in seiner Macht, sagt das letzte Wort und falsch. So, in der Bibel sagt uns, in der Bibel sagt uns, dass der Mensch, wo das Evangelium, ein Mensch, der sich nicht zu leben bringt, der ist das Evangelium, der meint so viel, ein Mensch, der nicht bei dem Moment kommt, wo er bei uns sagt, dass er sich in verlorenen Sinder, und er kommt von Jesus, und er nimmt das Evangelium auf eine ganze Person nicht an, dass sagt uns, dass der Moment kommt, wo sie weit von Gott, seine Herrlichkeit wahrgenommen wurden, und das sagt, weit von Gott, seine Macht. So, das wird eine schreckliche Stimme sein, und die Bibel lernt, dass er viel soll. So, da waren die Menschen dann, die das Evangelium nicht persönlich annehmen konnten. Und so waren keine Hüpfung, ich habe nicht, und ich wollte viele, viele Menschen, die waren, die noch so gehen wollen, in dem Moment, diese Entscheidung mit Christus nehmen. Und viele Menschen, die waren, dass ich so gut wollte, dass ich gehört habe, dass ich mich bekehren. Viele Menschen, die waren ganz klar oben, sie waren ganz klar in ihrem Gewissen, in Fähigkeiten haben, kenne ich mal, mir wurde gesagt, dass un Jesus Christus, ohne Entscheidung mit Jesus, ich war verloren, sondern ich habe einmal die Frage, und die, das Wort von der Lehrerin Stubi, die Bibel sagt, der allein wird den Sinn tun, als der Tod. Und die Bibel sagt, jeder einer von uns, wir haben gesündigt, und der Tod hat sich gesprägt, über alle Menschen. So, ich wollte das ja von Menschen, einmal, wir haben viele Menschen, die haben das Evangelium noch nicht persönlich begegnet, und zweitens haben wir die Menschen, sie klungen auf das Evangelium, sie würden sagen, sie haben das allgemein genommen, aber sie nehmen das nicht wirklich auch, in der Fläche ist noch niemand nicht wirklich, wirklich eine deute Herzenssache, passiert in ihr heute nicht, und vielleicht sind sie noch niemand, ich war nicht, ich war nicht geboren, ich denke, auch so eine Menschen habe ich auch, und dann sind es aber vielleicht Menschen, die würden sagen, Jesus, er muss aufwarten, dass er nicht zurückgekommen ist, und dann leben sie vielleicht das Erwärm, und wenn er dort stirbt, Jesus muss aufwarten, er ging bankrott, er ging kaputt, ganz hundertprozentig ist, er kann zurückgekommen, aber das meint nicht, fiesisch schräg, das meint gässlich, die Bibel sagt in der Bibel, in Matthäus Kapitel 4, Vers 3, du sagst in der Bibel, sie steht, soll ich sind da, die du jetzt nicht um bist, soll ich, oder glücklich sind da, da dort einmal toscht und da, dort eigentlich für mich harnisch, dort sind die Menschen, die waren gesehen, die einmal klar begegnen und erkannt haben, und wenn die der Herr sagt, in der Sekil 8, Vers 4, du sagst, der Herr, sie steht, die sollen dich hier in mir, die soll von den Führer, die hier in mir, die soll von den Sehnen, die hier in mir, dann sagt, das ist das, in etwa den Stufen, die ich in mir singen, da. Und Jaron sagt, die soll, die du singen, dort ist die soll, die gestorben wird. Und was die Bibel sagt, nicht einer, das ist nicht einer, das ist das, was ich getan habe. Und du weißt, wie wir uns früher, und dann wird von der Leut, sind wir nicht von dir, sie sind aufgestorben, aber glaube ich nachher, dass ich eine Woche, wo ich all nimmkomme. Vielleicht weißt du von der Person, die du sagst, wenn ich meine Kirche noch mal trüge warst, weil Gott ist seh, wenn du dort gewaßt warst. Vielleicht weißt du diese Person, die du sagst, von der Leut, wo ich mich allotenthofen, wo ich ganz ständig in die Kirche, weil es ist ein schein Ding. Das ist ein sehr wertvoller Ding, wenn die Menschen ständig in die Kirche sind. Aber weißt du, das sind nicht Dinge, die wir uns vorhin in den Himmel bringen. Der Himmel bringt uns das Wort nähen, als wir versägen, mit unseren eigenen Worten essen, was ich in den Himmel gekommen bin. Erste Korinther Kapitel 6 verschnäen, sagt es ist das. Eure Weitgenichte, die eure Rechte, die Gottesrechte nicht oben wollen, luden nicht anbeln. Menschen, die Ansicht trieben, die Jäte anbeten, die eure Hebräer, die Männer mit Jungen, die mit unseren Männern geschlägt haben, Stehle, Gietzig sind, Trinken, Sparten, die Menschen überfallen wollen, die Gottesrechte nicht oben nicht. Die Bibel hat so ein Klo, dass sie den ja, in welche Wimerten uns fragen, was du willst. Wir haben einen Versch in Affenbarung, Kapitel 1, finde ich, Versch 8, wo die Johannes anschrieben hat, und heißt es ist das. Wenn wir das in Versch mal lesen, Affenbarung 1, sagt es ist das. Über die Verschuldung waren, der Ungläubende, der Abschesselte, der Mörder, Hürer, Säuberer, Aufgerterdeiner, und alle Legner wollen ihren Platz in Fies sein haben. Die werden den Schwebeln brennt, das ist der zweite Tod. Sie haben verschiedene Dinge abgenommen, und Johannes wird uns das so erklärt, und er sagt, die Menschen, die in diesem Leben sind, die wollen das Gottesrechte nicht oben nicht. Was ihr in der Geschichte gut seht, wir haben einen Versch, was du sagen, das über Gott kann keiner sparten nicht. Und Johannes sagt uns immer, so ja klar, wann du in der Geschichte waren, ich war nicht versägt, und wenn wir nicht waren, dass wir Jesus kommen, dann merken wir, wir bilden uns selbst voran, und wir merken Gott den Legner. So, wo sagt das falsch? Der Lohn wird den Sinn tun, der lässt der Tod. Gott überschenkt das ewige Leben, in Christus Jesus an seinen Herrn. So, dann kommen wir der zweite Port von dem Versch, gleich und denken, dass die Bibel sagt, Gott schenkt das ewige Leben, in Jesus an seinen Herrn. Und du hast es dann einmal wichtig, dass dir in der ganzen Frau und dann, habe ich das persönlich begehend, weitergehen glauben, was das meint, das Blau Christi für Mitte nehmen, kann ich eh nicht so gewesen, in deinem Leben, wo du sagst, du hast passiert, und ich sage nicht, dass ich den Tag mal zweit, weil ich das erste Mal habe, dass ich sage, dass ich mich überzeugt, ich weiß auch nicht, aber ich wollte nicht vor diesen drei Tieren, denn wir haben uns den Moment, wo ich totbring, und wo ich das mal zu sein kriege, ich konnte schon, ich konnte verloren, und ich war dort tätig, dass Jesus sieben Blut, ganz persönlich für mich gerannt habe, ich war dort tätig, dass in Jesus das konnte ich Vergebung haben, mir war dort einstädtlich, dass Jesus geopfert wurde für meine Sünden, das war meine Herzenssache, und dort konnte ich abwiesen von dir, ich wollte nicht, was von dir war, aber ich wollte das bis jetzt, wenn ich in den letzten vier Tieren, bis jetzt, wenn ich in den letzten drei Tieren, weil wir Fremden, wenn wir dort nicht haben abwiesen, dann geht es wie eine große Vorgehen, Jesus sagt, so ein Klo, du kommst nicht an den Himmel weg, der du zu mir Herr, Herr sein, du kommst bloß den Nehren, der den Wellen von den himmlischen Vorderungen. So, wenn wir bis den Fall für sich nehmen, dann würde ich vielleicht noch sagen, weil da macht die Christen uns nach aller Anstrengung, weil wir sollen, wir sind bestimmt für gute Worte, unbedingt, aber wenn wir den ganzen Aufschnitt lesen, dann sagen wir da, in Matthäus 7, 22, ich sage Jesus, in jahren Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in dir nun geprofessiert, habe ich nicht in dir nun zu tun, getrieben, habe ich nicht in dir nun viele gewollt geworden, sie wissen, sie wollen die Dinge abwiesen, was sie getan haben. Und dann kommt die Antwort ab, verstreuend finde ich, wo Jesus sagt, er kann ihn über nach niemandem gekannt, So, dann abends, wenn wir den ganzen Aufschnitt nehmen, dann sagen wir, dass dann Menschen, die nach niemandem glauben gekommen wären, dass wir Menschen, die sich nicht haben, die genug verlassen würden. Weil wir haben viele Menschen, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, heute ein Tag, in der Kirche, in der Kirche, sage ich, ich bin nicht verloren, gehen, wo du auf eigentlich, dann, ich war verloren, gehen. Deshalb sagt er, vor jeder nach der Kirche, wenn du auf jeder Seite nach der Kirche vor der ersten Kirche, wenn du eine Leiter beendet, von in den Himmel, in welche Wort, der Leiter, der wird aufbleiben. Wenn du in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, dass wir verleten, als ob Dinge, was wir getan haben, dann, wie wir das wissen, da wird immer mehr kommen, wo diese Leiter klappen wird, und wir waren ans täschten. So sagt die Bibel, wenn wir nicht den Leiter anpacken wollen, wo du vom Bogen raufkommst, und dort hast die Genut Gottes, dann wollen wir ans täschten. So, wenn wir das oft schon lesen, dann soll wir das einmal so klar. Matthäus eben vorhin finde ich, dass diese Menschen, die verleuten sich auf Dinge, was sie getan haben, und sie waren abwiesen, und sie abwiesen, und ein Mensch, was sie abwiesen, was sie getan haben, was bloß Christi sind. Denn da, wo wir vor Christus stehen, und der Herr hat mich gefragt, wo du in den Himmel entkommen, wenn du nicht abwiesen kann, wenn du für mich getan hast, und ich kann dort anpacken, dann würde ich den Himmel entkommen. Ich bin so dankbar, Herr Jesus, dass du in den Glauben begeht, und du wein, in den Himmel entkommen. Wenn wir dort nicht abwiesen, dann soll ich, wie so er klar, dass viele Menschen, ich wollte ihnen oft sagen, Matthäus leben kann, wo ich noch viel breiter nehmen, aber wie man das klar verstehen kann, dass die Bibel sagt, so viele Leute sich ab denen, was sie getan hat. So, ich denke, dass wir uns in der Herzenssache sind, wenn man im Rheumarkapitel saß und sagen Gott überschenkt den ewige lebenden Christus Jesus an den Herren. Dann muss wir fragen, wo ist das möglich? Wo kann es sein, dass die Bibel überhaupt sagen , dass Gott will mir das ewige Leben schenken und Gott schenkt mir das ewige Leben Christus kommen da. Was ge das bloß meh leh weh da was der Jesus hat für mir und die getan habe. Wenn nicht weh da wird, dann wird alle verloren. Und was ge dann ab eins hast, dass es wird viel wacher worden, wenn das eine Herzenssache wurde. Ich denke, es sehr wichtig, dass wir bequicken haben, was das wirklich was mit her leisen. Was hat das weltliche Kass da kommt frei worden? In der Karte Geschichte, ich weiß die vierten die hier, aber geht noch in der Schule, wo er in der Klasse ist, wo nicht Ordnung ist, nicht, und der Lehrer steht , und 9 8 kommt der freche Lehrer . die kann sein, was wir hatten. Dann waren diese Regeln gemerkt, und sie fanden ein Kloster haben, dort ein Podio. Dann auf 11 Tagen war ich ein Jungen und der Lehrer sagte, wir haben eine Ordnung gemerkt, und da war das gedunghaft, der macht eine Ferien kommen, der macht sich in Haar mit treiben, und den den Regen mit bläb gejält. Und das Lehrer mit den Jungen zu forschen, und sie sehen, das geht nicht lang, und fängt das Jungen an, getan hat. Und als den Jungen gefangen hat, mit den Ferien kommen, der Lehrer sagt, die Regeln sagt, die muss sie das haben treiben, und die Dach werden. Und wenn das Jungen sich das haben getragen, dann sollen sie dort sie eine knirke stört, alle wegen so rütt, soja, soja, dann das Lehrer fangt an die Jungen über diesen Jungen und fragt, worum hast du das getan? Dann sagt das Jungen, das ist das soja, soja, oam, mir hungert soja, du wegen hast das getan. Jungen ein Egent immer von das Etik stängt am Jungen zu soja, und fragt den Lehrer, kann ich mir Regen geben für den Jungen? Dann kam der Egent meine Ferien und habe sein Leben für dessen omen Jungen. Die Regen wird durchgekühlt, die Regen wird durchgekühlt, für dessen Jungen will es haben Jungen hohrt. Jesus sagt euch, wir wurden verloren Gott hat einen Priester gesagt, wir haben einen Seuer Helder Gott, wir haben einen Seuer geracht Gott, wir haben einen Gott, was du nicht mehr sind zu haben. Und das Gott sagt dort, dass du er kann gesinnt dich, und Jesus träumen, er sein Leben um beut ist, wie er nicht sein will. Jesus wird sein beirrt und den Moment wird, wo sein Leben geben für die dann gehen kein Pracher und he früh auch himmlischer Fuhrer ist ein anderer Weg diese Menschen zu leisen. Jesus will nicht, dass du ihn eigentlich so leisen sein. Jetzt das will er an bedenken. Er ist ein anderer Weg diese Menschen zu leisen. Er ist ein anderer Weg diese Menschen die die Menschen sind und an 2 Tag hüren. Menschen zu sehen. Wir sind ein Tag im Himmel bei uns sind. Dort ist Gott sein Ziel. Dort die im Himmel sind. Jeder einer von uns. Jesus ging und sagte Jesus nicht sondern den werden sollen passieren. Jesus sagt Jesus Hebräer Kapitel 5 hat geschrien und gebraucht. So schwor wir haben das Leben gegeben in die Bibel sagt Lukas 2 und 4 40 dass es schweigt was das blut. So schrecklich wie Jesus hat meine Sünden und deine Sünden sich nehmen. Es ist wichtig dass wir uns freuen. Es mir eine Herzenssache geworden. Ich habe das persönlich begeben. Ich habe mich gefragt , was wie Jesus war schwor. Wo ich bin in Matthäus saß und da wieder fing . Sünden ab die kommen wird die Bibel sagen 2 Korinther 4 Versch 21 Warum hast du verlassen. nicht wisst, Jesus, das wird passieren. Du weinst, wir haben das Schwach. Und du weinst, wir haben das Schwach. Und du weinst, wir haben das Schwach. Vorher bist du nicht unterwegs. Ich will nicht getrennt sein von dir. Ich will, dass die Menschheit in den Himmel sein soll. Das ist mein Ziel. Und ich möchte, dass die Sünde noch nicht sehen, ob sie nicht echte Sünder werden. Vorher hat es mir doch so ein Schwach. Und heute sagt er an, Jesus, vorher, nicht mein werden soll passieren, sondern die werden soll passieren. Und Jesus ging färreweig. So, wo kann Jesus das Schwach gewassen? Einmal hat er noch niemanden Sinn begonnen. In der Bibel sagt er uns dort, dass den Führer den Herr gefolgt, den Knecht zu schlugen. Ihr soll ja dreifertig verstehen. Jesus, was sagt das? Er hat einen Körper, und er wisst dort, er hat Fleisch, das du in den Eckern. Ich glaube, jeder einer von uns, wenn wir wissen, dass von der Ökonomie, was schrecklich ist passiert, von der Ökonomie, was mich festgenommen worden, und das, was mich schrecklich verüben hat, frechlich herkommt, Jan rief er, und du hast mich dort gemerkt, und ich wollte dort, was passiert, aber vor dort, waren sie mich schrecklich sehr erquirlen. Ich sehe mich sicher, und jeder einer von uns, wie wir uns zetteln, Jesus, der auch. Und du, wenn wir uns in der Bibel sehen, schweizt, was das Blut. Und du hast gesagt, wir bloß, wir in meine, und wir in deine Sünden. Die Sünden, was du in euch begonnen hast, der Priester, der Lohn, der Sint, ist der dort, lebefreundet. Das macht uns eine Herzenssache wollen. So, wenn wir nach Messie wieder gehen, was kann Jesus noch sein, so schweizt, weil einmal hat er noch niemand gesündigt, zweitens, er weiß gar nicht, was er verlotet, wenn er sind, dreitens, er hat einen Körper, so stürt er. er kann. So, wenn wir uns in der Bibel sehen, was passiert, ungefähr eine Krise? Ich weiß, wie an diesem Tag, würden Menschen sein, die würden das besser erklären können, als ich. Das ist mir ganz sicher, dass ihr das kennen könnt. Aber wenn wir uns in der Bibel sehen, was passiert, ungefähr eine Krise? Das Wort gesagt, einmal macht wieder ein Ding, der andere war, dass es eine kleine Krone, und wahrscheinlich der Speck, das wird die Wöhn, auch immer, dass wir ein schräglich, sehr schraubiger, langer Specker, sei er schraubiger, sehr starker. Diese Krone war dann mit dem Kopf geschlagen. Und zweitens, das Wort gesagt, das der Pitsch, das wir gebrochen haben, und das was die gebrochen haben, von Jesus, stufen, wir wollten nicht nähe, aber wahrscheinlich, da haben wir nicht nähen, in der Hälfte, das haben wir was, denn, das Wort gesagt, das wird vielleicht eine Pitsch, das wird vielleicht nicht mehr was, einen engen Stock hat, dann hat er für ihn einen langen Räumen, das wird ziemlich schrägst. Und ab eng hat er noch neigen Streben, euch merkt, von ungefähr 18 Jahren, dort steckt. Und diese Streben, ab jeder Eng, wir in so einer Schorper langer Knirten, eure Leute, und da wird gesagt, dort, ob das eng war, noch ein Gewicht, hier, euch merkt, vielleicht mit dem Gewicht, das ist gebrochen worden, in Faschen, dort hat es so doll abgehoben, nicht all die Fähre. Die Bibel sagt, die Statistik, die Statistik, das ist das, dort, die Dünnwürfel, Schmaltmöne, auf dem Regenhof, wurden diese Räumen, dann auch dort geschnitten. Wahrscheinlich, von drei Viertelzahl, bei der Eutenhaushalt, dort, wurden diese Räumen geschnitten. Nicht alle Fähre, mit einmal überholen, neigen Räumen, fliegen Regen. Und wenn Jesus hat neigen Tag, dich heim gekriegen, dann sind das wahrscheinlich hunderten Tagen, dich heim, wo er den Regen gekriegen hat. So, die Bibel sagt uns in Jesaja, auf dem Regen haben sie gepriegt. Woran passiert das? Das muss passieren, wegen den Sünden. Das soll ich ihr schon sehen. Vielleicht sagt es wieder, das muss passieren, wegen den Hörern, das muss passieren, wegen den Mörder. Nein. Nein, die Bibel sagt, jeder einer von uns, wir haben gesündigt. In der Däute herrscht über jeder einer von uns, Räumen 4, Vers 12. So sagt die Bibel uns dort. Und du weißt, wie uns Frauen, wo kicken wir denn das an? Ist uns das eine Herzenssache, was hier passieren wird? Ist die dort eine Herzenssache, lieber Freund? Ich denke, wenn wir dort noch nicht haben, können wir kicken, wo das wirklich gekostet hat, dann habe ich noch nicht verstanden. So, jetzt werden wir uns mal vorstellen, dort mit so einem Regen ist das, wo Jesus eine Kreuz geschlagen hat. Die Bibel sagt, dort haben sie keinen Knacken, die Bräume nicht. Dort meint so viel, dort wahrscheinlich die Kreuz und die bis hier verschiedene Gelenke werden wir hier haben, die Echte werden wir sehen, wie wir hier haben. und wer hängen so auch an der Feud? So, jetzt werden wir uns verstanden, dass Jesus, die Bibel sagt, in Galater Kapitel 3, dort verflucht, dass der Worte in den Hals hängen wird, Jesus hängt in den Hals. Und jetzt werden wir uns verstanden, dort mit so einem Körper ist der Hunk, mit so einem Regen, mit einem geprägten Regen, ganz verletzt, ganz durch, durchgebring, wo wir können sagen, mit so einem Regen hängt an den Krieg. Und ich weiß nicht, dass die Bibel hat, die wir uns verstanden haben, und das Veranstalt, wofür wir an Jesus verteilen, dort an den Krieg. Jesus, er verteilt siebenmal an den Krieg. Und jeder einer von, jeder einer von, jeder einer von, jeder ein Worte, was er verteilt, als er so erwähnt wird, weil wir das Worte, was mir das ganz rutschen, dort er kann reich Luft holen und dann verteilen. Nicht alle die Fähre, dass Jesus, mit so einem Regen ist er der Hunk. Mit so einem Regen ist Jesus der Hunk. Er rutscht den Regen, flinkt den Halt, damit er verteilen kann. Und das erste Worte, was Jesus und Kitzel überfühlen, dort wird das. Er sagt, Fuhre, verjaffend, wird sie weit nicht, was sie tun. Jesus geht auf die. Jesus geht auf den Tag. Und hier sage ich, Fuhre, die Menschen weiten das noch nicht. Die Menschen erkennen das noch nicht, was sie tun. Bitte, habe ich genug und vergeben. Dort ist der Leu, was Jesus für mich und für dich hat. Und du weißt, sagt es in der Bibel, dass der Leu, was der Sinn tut, ist der Daut. Gott sieht nicht genug, aber er hat euer Leben in Christus Jesus und seinen Herrn. Nimmer, die sind nicht ganz froh. Es ist eine Herzenssache geworden an mir. Ich habe das persönlich begeht. Und jeder einer von uns dort sind dann, dass wir in Predigt sind, dort sind dann, wo es eigentlich in Predigt erkennt sie, dort hat sich auch ein Glück. Jeder einer muss das persönlich begehen. Und du weißt, die Frau, hast du das persönlich begehen? Weißt du, von woher ich reden? Da war ein Moment gekommen, wo Jesus den Sinn geholt und dann waren viele Menschen drin geblieben. Und viele Menschen waren in dieser Stamm hier, ich habe ihn noch nie gekannt. Und da waren die Menschen abwiesen waren, und ich wollte viele sagen, dann bezieht wir in der Zentral Ritz sind. Und ich war ein Neukurig, dort wollte ich nicht übertragen. Die Bibel sagt, dass es dort ist. Ich wollte eine Herz in Sache sein, dort, was Jesus getan hat. Dann habe ich mit der Frau, und ich kann manchmal begehen, dass Menschen zu mir sein, weil ich habe alle Sachen gemerkt, und für mich ist wahrscheinlich nicht genug. Ich wollte nicht lange treten, und sagte ein Freund zu mir, wie läuft nicht, von nach genug ist. Und ich sagte, ich weiß das Wort, diese Leute Christi reinge, sei sei weit. Die Bibel sagt, in Jesaja 1, vers 8, dort, wo die sind, wo ein blaut rot sein, wo das wird schnei waschen. Und wir finden in Römer Kapitel 5, Vers 20 und 21, die sagt, Paulus ist da, da, wo das gesetzt, da, da, wo es gesetzt, mit mehr sind in Wiesen da, 14, nächsten Kapitel, was selber nicht sein, selber bin sind geblieben, weil es ist so macht ich es ab keine war ich. Je wurde gestorben für den Sinn, wo ich wieder in das sind mein Leben sagt die Bibel so klar die Bibel sagt in der Leob die Vers hat Gott Glück Jesus sagt Johannes 2 2 2 2 hat alle Sünden betut die Bibel sagt wie ein Arm gelaufen wird nicht das Leben gekommen wird nicht in Recht kommen sagt die Bibel so Jesus sagt sträf du noch heute nicht eine halbe Antwort geben sondern Jesus sagt sträf du noch dass die angepunden entde kommen weil viele Menschen waren versichert und kommen die wollen aber nicht hin dann sagt Jesus das wird von der Hausherr der der ist von der hand geschlossen dann war die bieten stunden klappen und die waren sich hier nennen wollen aber da war die das stem noch nie gekannt lukas tritt hier von vers 2 finde ich wird versichent finde ich und sie sagten sie schon sehen da waren viele Menschen abwiesen und sie wollten sagen aber kicken was ich alles getan habe und die stemmen wird sein die die Bibel sagt es dort Jesus sagt es dort und Jesus soll sein dann weit sie kann nicht worum nicht das ist was Jesus sagt hat in ihr Leben nicht persönlich getroffen nicht yes er kann mir versuch unterstreng er kann mir nicht bekannt er kann mir loben tofen go die dinge aber wir bringen uns nicht in himmel nicht die Bibel sagt nicht sind weich es dort nicht die Bibel sagt die sind tot dort ewig leben sagt die Bibel dort ist Jesus und bloß Jesus und das ist Jesus so die genut ist von der du die 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 Evangelion eine Herzenssache geworden und dann haben wir eine Frau aus der Evangelion 1. Korinther 5 1. Vers 3 das sind ähnlich drei Dinge dass Jesus sind starben dass Jesus sind begroben dass Jesus sind abgestohen weil es nicht eine Herzenssache geworden und das man nicht verstehen kann ich war so ich kann meinen Zeichen ist meine vertraut und ich werde von dem das kart vertraut aber jes in 2011 ich weiter war mein hoff und scheidern für Christus ich war mein ans Leben hoff aufgestorben ich beleven in 2011 du kam ich Jesus und ich starf mein Leben hoff und hoff auf und dann ich wurde viele Menschen wenn ich wieder 12 Stunden gekommen viele Menschen wurden gesagt das ist ein Mensch aber das ist keine Herzenssache geworden in meinem Leben nicht und dann kann Gott mir so richtig bieten ich mein Sehen ich das Zeugnis habe ich gehört und ich was ich beleven mit meinen Sehnen dann habe ich taub und ich sagte Jesus nur weil ich eine kleine schauff mit die nur weil mein Leben aufstorben und ich war mit die wohnen das passiert den 10. juni 2003 das ist so was das ist nicht gesagt dass die den klacken mit zu weiten das nicht gesagt dass die den dach mit zu weiten aber du magst doch einmal weiten was in dein Leben passiert ist nicht nicht und wir haben viele Menschen die nicht zeichnet sind nicht wir haben viele Menschen die nicht verhauses nicht und die ist fair okay aber ich glaube ich kann mein Leben noch mit Christus in Ordnung ich denke ich kann und dann kommt der Moment wo der Herr Jesus die Gemeinde kann holen und du bist hier kostet die Verstauung hier geblieben ich habe uns Verstauung hier geblieben und trotzdem denkt er aber nur den wir wollten viele Dinge erfahren sich und ich wollte Jesus von ehren zu in die Gemeinde holen und die Bibel sagt dort wie Martin nie geboren wurde Nikosemus konnte nicht verstehen und Jesus sagt dort von Jesus geboren wurden in der Bibel sagt in Räumen Kapitel 8 dort waren der Jesus von dort abwarten waren uns als Wohnhof geworden da wurde auch der Jesus uns gewachsen in den nach wo der Jesus kam du will man den nicht ganz fröhnen waren der nicht als Wohnhof geworden in uns ich will nicht sein ich will die gewachsen merken und die Haas hat begehend und die Folgen aber nicht fahren 20 Stunden nach da will ich nicht sein und die versichern das lehre ich nicht aber die Sache ist das ich weiss wir haben viele Menschen die haben auch niemand in statt gemerkt und die nächste kann ich nicht woher wissen nicht und das ist wichtig dass wir glauben an das wir uns fragen tun was in meinem Leben passiert kann ich woher wiesen wo ich mein Sinden Leben aufgestorben sei und wo ich mit Jesus in ihren Umfang anleit sagt was schluten frisch mit diesen versich reimer kapitel saß versich 23 der launde der sinntot ist der tot Gott überschenkt der ewig leben in christus jesus an den herren wir denken in dieser Geschichte lokal kapitel saß das rekommend he lebe und lebe he seht an ab eins hast dich bitte erlaub den dach dass einer von den dörren wird abstohen und dass meine breiter das evangelium wird bringen das meint so viel hat das evangelium gehört he wisst das das evangelium das wisst sie und er brach hat an eins für seine breiter wo ihr wird verarmen wie der lieb und er brach hat so dass du soll wenigst leck wurde auf deine tongue abgetan wird abraham sagt es nicht möglich dass deine tongue kann not gemacht werden du hast dich gehört das ist nicht er so eine stelle waren viele menschen hier ich wollte die mott mir an ich denke ich will wie nach gesang sein wir singen dann war ich die mott mir an die nicht groß es war wiesen und vielleicht er hat einen sinn bekann dann war ich die mott mir an kommende ferien hier sind soll so ja ich war mit die Bibel in der hand wo die wiesen wo die du warst von dort zum Leben gekommen das war ich mit der Bibel war wieder vers den wiesen und jeder einer von hier dort beleben war wenn wir noch stunden beten Herr Jesus Christus wir kommen ins Schlüssel Taudien wir danken dir für wer du warst wir danken die besonders für die Not wird in dir wir danken die die Bibel sagt in die haben wir leben wir danken die 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 sind tot ist tot so Jesus wir sollen so klar dort der echte Sinn in dem der ist in die Welt neugekommen hat der verspreit über die Säule die sagt dass es dort in die Wurt und die sagt wir machen dort das jesse Geburt wo du gestorben hast wir leben werden wir leben in jesse dort passiert Jesus wie sein an den Wurt das passiert wo wir die Person nicht begegnen dann wir beten von dir auf jeder Säule was hier an diesem Tag ist du kannst Kampf ich bin bis in diesem Moment und wie wir an stahl wurden ich freue es dass diese stahl hier gehen und in jeder Ort die ganz persönlich an schieren in Wiesen und wort von Leo in Diene Übung steht Herr Jesus Christus ich danke dass du uns in die Wesen die ihr fahst ich danke Herr auch für den Jesus Gottes hat die Munde wie sagt der Jesus Gottes wurde über Fehr über Sinn über Gerechtigkeit über Gerecht Herr Jesus von hier ist wahrscheinlich hast ihr einen Götz euch geklappt du hast mit gewesen ich bin was die Person was kauf geben maut geben in Ferien zu kommen und ich habe das werde ich im Fried was bloß bei dir Jesus weil ich den Brug beleben in die Nome Jesus Amen Gottes Segen mit Ihnen atro H ein er choses Vielen Dank.